Ich bin vollkommen hier. Wollen wir weg? Gehen wir. Ich hab' mal was. Dann weg dich. Dann darf jeder mal einfach. Keiner hat's mehr verstanden. Machen wir den Blas. Na? Mach doch mal! Wahnsinn! Kannst du aber nur auf dem Treffen machen. Das ist das Ärgerliche. Machst du für die noch mal einen hier? Noch genau. Ich weiß nicht, hier bin ich dann draußen. Ich lass' es lieber. Ich kriege dich.